Peace Leute, was glaubt ihr in einem Video von mir? Heute habe ich in meinem anderen Video gesagt es hat eine Überraschung für euch und ja, das ist hier im Wildpark wir sind hier angekommen und ja, war richtig schön hier, ich bin mit meinem Vater hier herumgelaufen und so war sehr schön, wir haben drei Stunden bisher gefahren war nicht wirklich so schlecht, war schon cool und ja hatten wir vorher gesetzt, haben eine Kekse gegessen und alles war sehr lecker haben wir noch Waldkarten und so gesehen, das war sehr cool und haben wir noch so Luchs gesehen haben wir Lust, die haben so lange Ohren, finde ich voll lustig und ja, und jetzt sind wir hier jetzt bei den Gämsen die Jüngeren von den Ziegen das sind die Jungen ja, sieht auch so schön aus, auch lustig jetzt haben sie lustige Ohren da hinten hat es auch noch eine ganz kleine da ist sie ganz kleine, mit der Mutter glaube ich sieht sehr süß aus da ist noch eine große da ist noch der Berg von den Ziegen von den größten Ziegen, nicht von den kleinen ja, das sieht schön wie Natur aus ja, sieht so schön aus die Sonne scheint auch noch ja wenn ihr euch fragt, warum ich so braun geworden bin, ich hab mich ich war draußen, hab viel Fußball gespielt und so ja, war lustig und wenn ihr euch fragt, wo das Park ist in Singalen wir sind vom ähm 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 von wo also wir sind ein bisschen geang gefahren, das weiß ich das war sehr schwer mein Rücken hat noch ein bisschen fangen an zu weh zu tun weil das war viel zu anstrengend und ja, war so cool und ja Peace Peace